Hey Leute, ja, ich find's wieder auf meinem Kanal. Also, heute möchte ich euch mal meine süßen Katzen zeigen. Und zwar ist hier einmal die Laila. Ja, was ist denn ganz fein? Ja, ja, na, nicht so nah schnuppern. So, dann haben wir einmal den Simba. Ist auch ein ganz, ganz lieber Kater. Oh, Simba, nicht weggehen. Bist ein ganz lieber Kater und der hat auch eine Krankheit. Ja, habt ihr ja gerade bestimmt gehört. So, und Tabea, warte mal, ich kann ja mal versuchen, dies zu rufen. Tabea, komm mal hier. Komm mal hier, Tabea. Na, komm mal hier. Na, komm mal hier. Warte, also wartet mal kurz, Leute. Ich versuch, sie mal anzulocken, dass ich mal alle Katzen krieg. Ja. Ich mal alle Katzen krieg, muss ich mal hier gucken. Also, hier kommt schon Simba. Und Laila. Und dann Tabea. Tabea, wo bist du denn? Tabea, Tabea. Komm mal hier. Warte mal, also, ich versuche es jetzt mal zu rufen. Hier kommt auch schon Simba, der feine Kater. Guck mal hier, Tabea. Na, komm. Na, komm hier, guck mal. Ja, also, jetzt könnt ihr ja sehen. Jetzt kommt sie. Das ist auch eine ganz, ganz liebe Katze. Sehr verschmust. Ja, und das war es auch wieder mit meinem Video. Ja. Und bis bald. Tschö. Tschö.